Weil es hier um die Regeln des menschlichen Zusammenlebens geht. Von der Familie über den Staat bis hin zur Wirtschaft. Weil wir im JUS-Studium lernen, Lösungen für einfache, aber auch schwierige Fragestellungen zu erarbeiten und unser Fachwissen unter Beweis stellen können. Weil die rechtswissenschaftliche Fakultät durch Law Schools auf die Praxis vorbereitet und international ausgerichtet ist. Deshalb solltest auch du Rechtswissenschaften in Innsbruck studieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.